Verena Kert fordert Mietkosten von Mark Terensi ein. Dieser kann die Forderung nicht nachvollziehen, schließlich soll seine Ex eine Eigentumswohnung haben. Mark Terensi, Geldschulden bei Verena Kert, erspricht Klartext. Zwischen Mark Terensi, 46, und Verena Kert, 43, wird es schmutzig. Letztere behauptete kürzlich, dass der Musiker ihr Geld schulden würde. Denn dieser habe in ihrer Wohnung gewohnt, ohne sich an die Mietkosten zu beteiligen. Nun hat Mark auf die Forderung reagiert und macht deutlich, dass er seiner Ex keinen Cent zahlen wird. Sie spricht von 1.600 Euro Miete, aber es ist ihre Eigentumswohnung. Warum sollte ich dann einen Mietanteil zahlen, stellt der 46-Jährige gegenüber Bild klar. Verenas Vorwürfe gehen sogar noch weiter. Sie möchte Marks persönliche Sachen erst rausrücken, wenn er die Gegenstände, die er von ihr aus der Wohnung entwendet haben soll, zurückgibt. Während Verena wütet, wünscht Mark sich nur eines, Frieden. Unser Streit macht keinen Sinn. Lass uns einen klaren Schnitt machen und jeder geht seines Weges. Lass uns Freunde bleiben, richtet er sich direkt an seine Ex. Beide geben an, in der Beziehung psychisch sehr gelitten zu haben. Immer wieder gab es Gerüchte um Streit, Alkohol und Geld. Marc stellt klar, ich musste raus aus der Beziehung, um mich selbst zu retten. Ich musste dringend etwas ändern in meinem Leben und gehen. Das letzte Jahr war das Schlimmste in meinem Leben. Privat und beruflich. Er gibt auch zu, zuletzt zu viel Alkohol getrunken zu haben. Wenn es mir schlecht geht und ich Stress habe, wie die letzten Monate, dann trinke ich zu viel, um zur Ruhe zu kommen. Das muss ich wieder in den Griff bekommen. Ich wusste teilweise selbst nicht mehr, wer ich bin. Marc wolle nun wieder kreativ werden und Musik machen. Dafür braucht er Abstand. Aktuell steckt der zweifache Vater in den Vorbereitungen für seinen Umzug von Berlin nach Mallorca. Und dann schief die